den Gegend ermittelt er will auch genau guck mal ich bin grün ich habe erstmals hier alles ein aua EU und so ist es jetzt alles grün außer diese neue bringt die Kopferdeckung 28 Kassen Kopferdeckung überbrach kein okay du tust dich mal rutschenspizieren was ist die 5 er zauber ich irgendwas das ist mein blödes Vieh verzaubert was hast du auf mein scheiß Vieh drauf gehauen keine Ahnung das Gruppenhumili mit den wenigsten Lebenspunkten wird geschützt und absorbiert 5 Sekunden lang 576 fysischen Schaden oder Schatten Schatten verbraucht einen Karbohol und es liegt nicht ich kann nicht tun die du ihnen da 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 aneinander ich habe mich mal wieder in die Gruppe ein. Ich habe gedacht, ich könnte mich jetzt schon mit dir hier du ideieren. Aber ich habe nicht. Da, 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 da. Also ich habe jetzt alles grün und du? Jo. Das ist schön für dich. Deswegen jetzt such du mal den Weg. Na? Bei den grünen Fahrten, gell? Ja. Okay, dann laufe ich mir jetzt gerade auf. Und machen dann einen scharfen Turn nach links. Okay. Und dann machen wir den scharfen Turn nach rechts. Hey, da hinten können wir noch was. Ach, da hinten können wir die Teile aufgeben. Ist ja schick. Muskels. Stonenkram der Schläger. Belohnung. Äh, den Löderbödel. Den hätte ich gerne. Warum bin ich jetzt so little? I'm a little bandage. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, ich habe eine Truhe des Rekruten. Da haben wir schon was dran. Ihr habt nicht die Erfreulichkeit. Okay. Ich habe noch was. Truhe des Rekruten. Was ist das? Mach's einfach auf. Die wirst du ziemlich oft bei Quests abgeben bekommen. Geschick oder Stärke? Ich nehm Stärke. Er muss wissen, wer der Babo ist Für uns zur nächsten grünen Verfahren, Luke Da steht jetzt derzeit ausgerüstet Und da stehen ganz viele grüne Pluszahlen Ist es dann besser oder schlechter? Kommt drauf an, was steht denn beim Stern? Plus Also dann ist es besser Okay, sortieren Da habe ich das Ha, jetzt habe ich was schöneres Ich müsste dann mal verkaufen Ich auch Dann laufen wir doch gerade mal, frag mal Warte, ich muss noch hier abgeben Abschließen Schön Und noch was Nochmal das Rekrutern Okay Nein, ist schlechter So, Handel Mal den ganzen Käse hier verkaufen Warum wartest du nicht? Weiß nicht Inakzeptabel Okay Kaufen Achso Der kann weg 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 Der kann nicht weg Nee Nee, kann auch nicht weg Ich habe so Seiten Ich habe so Seiten Fünfte und vierte Seite Brauche ich die? Nein, die Quest haben wir schon letztens abgegeben Also Cool Letztens, letztens Nicht zum Verkaufen Nicht zum Verkaufen So, Tier oder hin Okay, ich bin fertig Dann fühlen wir uns mal zur nächsten grünen Fahne Ja Ich bin der Babo Ja, total Jetzt mache ich nämlich mal Folgen Wo ist denn Folgen? Alter, wir müssen Astralbezirk Dann Siegespark Und dann Alterplatz Ja Da müssen wir ja ganz schön viel laufen Mhm Können wir da drüber springen? Wo? Über den Zaun Über den Zaun Nein, können wir nicht Okay Welcher Zaun denn? Ich bleib jetzt die ganze Zeit auf der Map Und guck nur mein Pfeil Das würde ich nicht mal Weil hier ist eine Quest die wir annehmen können Stopp, halt, Luke, halt Okay Hier ist der Polizeioffizier Auch wenn es eine Tussi ist Also auf Wir sind trotzdem auf WC oder Offizierin Oder? Auf Verbrecherjagd Ja, ich glaube, da oben ist irgendwas André ist tot André Cicartalini Der ist hier oben, Luke Komm hoch Stefan, der greift mich an 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 Stefan Stefan Der ist tot Haben wir die nicht schon mal gemacht? Nee, da mussten wir jetzt Slack das Kopf abreißen Oder sowas Zauberstab des entschlossenen Camps Oh, 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 ok Äh, Beutel Ist das jetzt besser? Ja, das ist besser Und wieder auf der Map bleiben. Das ist jetzt alles Sehen. Einsatzbereitschaft überprüfen. Soll ich annehmen? Keine Ahnung, ich hab auch Sehen draufgedrückt. Ich wollte eigentlich auf Folgen drücken. Kannst du auch ablehnen. Da hinten ist noch eine Quest. Jetzt dackel ich den nämlich mal ein bisschen blöden. Annehmen? Sollen wir die annehmen? Jaja, immer schön annehmen. Hab ich. Und jetzt? Test der Stärke bestanden. Wie mach ich das? Keine Ahnung, ich muss grad gucken. Mal gucken. Der sagt uns, wir sollen hier lang. Why? Ah, ich weiß warum. Ihr seid an der Quest. Wie, ich bin gescheitert. Darf ich nicht. Okay, Questlog verbrennen und nochmal annehmen. Wie kann ich die verbrennen? Oh mein Gott. Hä, wo ist mein Questlog? Wie kann ich die verbrennen? Wie kann ich die verbrennen? Wie kann ich die verbrennen? Oder was du gesagt hast. Ah, abbrechen. Uh, okay. Und was muss ich jetzt hier machen? Ah, ich sehe es, ich sehe es. I don't care. Ja, ich sehe es. Uh, Gegenstand zu weit entfernt. Oh, euer böse Geister beschworen. Ich auch. Aua. Hey, ich davon, die tun mir weh. Ja, die greifen alle mich an, du Witzkind. Ja, deswegen ist das ja auch schön. Ja, total, glaube ich dir. Jetzt. Wieder abgeben. Nein, ich hab's noch nicht. Ach doch. Oh, 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 oh. Kann ich das abgeben? Warum steht dann... Bei mir steht nicht Teststärke bestanden. Bei dir stand nur... Hä? Was noch? Wie geht das? Warum kann ich das nicht nochmal machen? Mit erfahren? Ist bei dir schon wieder rot, dass du's verkackt hast, oder? Warte... Questlog. Nö, ist aber auch nicht grün. Ja, grün ist nur, wenn du's geschafft hast. Ja, aber es ist auch nicht rot. Es ist ganz normal. Weiß. Nee, ich mein hier rechts, wenn du nicht im Questjournal drin bist. Rechts, das ist weiß. Unter der Karte. Ja. Unter der... Ja. Das ist weiß. Äh... Dann bin ich jetzt überfragt. Brechst du halt nochmal ab und nimm sie nochmal an. Ja, aber bei mir stand, dass... Das... Oh... Ich raff's grad nicht. Was ist dein Problem? Bei mir stand, ich hätte bestanden. Aber das ist nicht grün geworden. Aber ich nehm jetzt nochmal an. Und dann geh ich da hin. Und dann mach ich das nämlich. Guck mal, wo sind sie? Da sind sie! Aua. Aua. Sind die tot? Ich bin gescheitert. Ich bin gescheitert. Ich bin gescheitert.